Schlagen, ne? Boah, ist das ein Depp. Wenn du ja später das Video siehst und hörst, du bist ein Vollidiot. Aber ein richtiger Vollidiot. Düt, düt, düt und düt. Ah, ich hab schon viele Vollidioten kennengelernt. Aber du bist wieder ein Vollidiot auf eigene Art und Weise. So. Ja, wir haben uns reppierdengen verportet. Ihr wisst ja, ich bin faul. Niemand andere auch schon gesagt haben, die das Video gesehen haben. Ich muss mal mit dem nochmal sprechen. Die L darf hier nicht hin. Weil, das soll ja eine Wüstenstadt werden. Hab ich Zugriff? Nein. Da hatte ich schon mal Zugriff. Was sagte ich? Ich will nichts klauen. Ich guck nur, ob du Sand hast. Du bin jung, wenn du das ja morgen siehst. Nein, nein, nein. Nein, sonst nichts. Und da oben hast du noch gar nichts. Ich wollte gerade sagen, hab ich da... Boah. Boah. Holzgediener, was war der Holzboden? So, also wie gesagt, einmal Sand dahin, einmal Sand dahin, einmal Sand dahin, und einmal Sand dahin. Und was kommt draus? Sandstein. Dann mal ganz weit draufklicken. Und, bis wir die halten, die 64 ist weg. Wie ihr seht, ich krieg nur eins pro. Deswegen ist das echt scheiße. Ich will gleich auch mal gucken, ob ich das nicht irgendwie farben kann. Ja. Und nur Sandstein, weil das ist eine echte Nochenarbeit. Das hier alles zusammen. So. Ich spring hier hoch wieder. Gucken so. Das ist der Kreuz, ist es da. Richtung Maus was gedrückt und zurückgehen. Und dann so. Halt das, wie so ein Einfluss, dass er auch gar nicht stoppt beim Gehen am besten. Klar, passiert das noch ab und zu mal, aber das ist dann nicht so schlimm. Und, ja, was soll ich noch sagen? Plopp, plopp und plopp. So. Ups. Jetzt habe ich selber gefehlt. Ich habe gerade gesagt, du fehlbob. Und dann fehl ich. So. So. Bin da. Bin da, bin da, bin da. Okay, jetzt habe ich gerade Bildschte... Bildschte... Stichstand. Das macht er sein Haus zum hübschen Haus. Was gut ist, wenn wir es einfach mal so zwei, drei, zwei Steaks, sagen wir mal, knapp drei Steaks bekommen. Aber wir danken uns herzlich, wenn ihr später das Video siehst. Danke, du bist trotzdem ein Vollidiot. Und, ja, machen wir mal hier weiter. Das kann auch lange dauern, bis die hier fertig ist. Ah, ja, nicht wegen dem Bauern hier an sich, allein das Verarmen, das dort. Wie gesagt, ich hatte die vorher schon gehabt, nur die war zu klein gewesen. Sonst hätte ich die gelassen, aber das eine Gebäude von Krupa war ja schon fast größer als die Pyramide an sich. Äh, ich meine jetzt nicht von der Breite oder so her, von der Höhe. Und das kann ja nicht angehen für eine Pyramide. Deswegen mache ich sie ja gerade neu. Und, ja, hofft mal, dass ich das richtig mache. Dass ich sie nicht nochmal abbauen darf. Apo, genau, weil ihr habt ja mal jetzt schon gesehen, wie mein Haus so jetzt aussieht. Davor hatte ich mein Haus mit Erde oben drauf gemacht. Ich wollte das auch sehen, dass es wie so ein Berg ist. Aber das hat nicht so irgendwie ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Da habe ich dann irgendwie Fehler gemacht und alles. Da hatte ich das ganz falsch angegangen, falsch gemacht. Auf jeden Fall durfte ich das komplett abbauen. Das waren, glaube ich, rund 20 Stacks Erde und Stein, 3, 4, Stacks. Und das hat sehr lange gedauert, bis ich das dann hat kaputt. Ich hatte ja schon gedacht, komm, mach mit TNT. Aber ich wollte nicht mein Haus mitsprengen. Weil das an sich nicht dick war, vielleicht nur 4, 5 Blöcke hoch. Die erste Schicht. Und dann nochmal 5 Blöcke. Aber müsste eigentlich, wäre nicht kaputt gegangen. Aber ich hatte zu sehr Angst, weil ich möchte nicht, dass mein Haus beschädigt wird. Und es wird gerade dunkel. Und wir gehen ins Bettchen. Und gehen nochmal zurück. Zack, 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 zack. Jetzt werden wir mal... Sponchenschappie! What? 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 Und was ist denn im Mund drin? Ein Creeper-Gesicht! Weee! Genau! Scheiße! Genau, was ich später machen wollte, das ist ein Creeper-Kopf. Und ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ich muss mal kurz was gucken. So. So. Machen wir mal weiter. Ach verdammt, ich hab die hier drauf. So. So, tut mir leid für die Störungen. Fürs Mikrofon auf jeden Fall. Gehen wir jetzt mal hoch. Und, ups, ich darf nicht hebeln mit meinem Bein. Dann haben wir zack und zack und zack. Aber man sieht, das wird immer weniger am Ende. Nur das Anfang. Ähm. So. So. Ich helfe denen gleich mal. Wenn wir hier fertig sind mit dem Video, würde ich mal schwer behaupten. Und. 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 Und plopp. Wie gesagt. Umso man höher kommt, umso weniger wird's. Auf jeden Fall die erste Reihe ganz unten. Die ist 45 Blöcke weit. Jetzt. Also hier. So. 45 Blöcke. Genau. Wie hier die. Und die. Und die. Das sind alle gleich 45. Wirklich 45? Ja. 45. Aber ich hätte, glaube ich, eher 6, das wir nicht machen sollen. Egal. So. Jetzt haben wir das. Jetzt sind wir noch einmal hier. Damit werden wir aber nicht wieder weit kommen. Aber ich kann ungefähr. Ich würde sagen, dass es noch. Stacksmäßig weiß ich nicht. Aber wie viele Dinger. Zwischen 6 und 10. Brauche ich ungefähr noch. Auf jeden Fall. Wenn ich dann später das Video-Flash hat und alles. Und. Die Bar zurückgeladen. Ich würde noch weiter im Offline-Model spielen. Da. Ich. Viel. Hier mit den Leuten schreibe. Und rede. Bla 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 halt. Ich würde immer alles zeigen. Ich würde dann eine Let's Show. Zeigen. Oder. In. Vielleicht. Minecraft Together. Das wird aber dann nur am Wochenende hochgeladen. Wie jetzt auch. Ich würde auch überlegen. Mit wem ich Minecraft Together machen könnte. Da. Ich nicht mit jedem. Exbeliebigen. Das machen wir. Auf jeden Fall. Ich habe gerade wieder jedes Mal eine rechte Maus ausgedrückt. Anstatt festzuhalten. Fail. Ähm. Mal runter. Zack. Und zack. Und zack. So. Und hier noch einmal. Bam. Und 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 noch einmal. Und wir müssen uns gleich noch alles ausleuchten. Zum Beispiel. Ich mache das dann. Ihr werdet es glaube ich nicht mehr sehen. Und so. Zack. Und zack. Und zack. So. Ich mache dann auch hier mal für Schluss. Ich weiß nicht ob ihr mir. Ob ich dann nächstes Mal hier stehe. Und die Pyramide fertig ist. Oder genau. Und links. Selben Stelle. Lasst euch überraschen. Ich werde es mir überlegen. Ob ich das offline gehe. Oder nicht. Auf jeden Fall. Wie gesagt. Let's Show Video. Ich werde jetzt. Nur noch. Minecraft machen. Ob das normale. Let's Play sind. Oder zu gather sind. Das ist halt unterschiedlich. Und kommt drauf halt an. Auf jeden Fall. StarCraft ist pausiert. Und das wird auch erstmal für die nächsten Wochen. Zwischen eine und drei Wochen bleiben. Auf jeden Fall. Haut rein liebe Leute. Euer Korn LP.